Musik Ein Stop Motion Film Über Bakterien auf Geld Von Lea, Maya, Lucia und Mervo Hier sieht man eine Druckerei. Dort wird das ganze Geld ausgedruckt. Nun wird das Geld von der Druckerei zur Bank transportiert. Ein Mann hebt sein Geld von der Bank ab. Endlich bekomme ich meinen Lohn! Hier sieht man, wie die Bakterien auf dem Geldschein sind. Der Mann geht nun auf Toilette. Oh Mann, ich muss kacken! Der Mann lässt seinen Geldschein auf der Toilette liegen und der Nächste findet ihn. Es kommen immer mehr Bakterien. Es gibt kein Toilettenpapier mehr. Egal, dann benutze ich diesen Geldschein. Oh, ein Geldschein. Den nehme ich mal mit. Mami, Mami, ich habe einen Geldschein gefunden. Oh, das ist ja schön! Es sind noch mehr Bakterien auf dem Geldschein. Zwei Wochen später Was ist denn los, Kind? Ich fühle mich nicht so gut. Ich bitte Perquè froh. Ich binetsber gereki. Oh, ich strebe mich. Oh, komm an. Ich spreche dich. Sie ist eigentlich für perché. Die Freundschaft. Nowo sie war mit. Ich meinegamberinere. 멋bs�os estou mal zu tun zu tun, aber für mich würde sie mich ben